Ach du Scheiße. Ich weiß, ich weiß. Anhalten. Rekker, gib mir Weckung. Raus da, sofort raus da. Wirtsball. Bitte, bitte, ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Nein, Sie müssen verschwinden. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Sie müssen... Ah. Rekker, dein Messer. Wofür ist der Tatsch? Du musst das Bein abschneiden. Was? Rekker, komm her. Nein, das... Nein. Rekker, ich brauche deine Hilfe. Das kann ich doch nicht abschneiden. Ein Wolf in der Falle weist, sich das Bein ab, um zu überleben. Na los! Der Knochen ist durch. Ich halte nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Tu es, schneid es ab! Fuck. Wir müssen los. Ist der tot? Nein, man, nur unmöglich. Oh, scheiße. Gerade du bist es, hast doch nichts. Das war nur ein 3-Stunden-Kurs. Sorry, jetzt musste ich lachen. Weg, weg, weg. Los. Bring ihn da rein. Wo ist dieser scheiß Heli? Rein, 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 rein. Fahr. Steigt rein. Boom. Ah, jetzt. So, ich habe ja eben auch Fahrstunde gehabt. Wir haben Steuer. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Schnelle Flucht. Sekundärpolom unterwegs. Folgt der Straße drei Kilometer nach Westen. Das ruckert ab und zu mal. Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Mein Bein. Meine Frau bringt mich um. Dann. Er ist wieder da? Ich dachte, er ist ohnmächtig. Wir bringen dich nach draußen. Du kannst das. Sorry für die teilweise Rucker, die ganz Kleinen. Keiner von uns nach Hause. Wird hier noch jemand raus? Ich fahre schon. Okay, das mit dem Wasser war auch cool. Da ist er. Das ist halt ein Japaner. Der will nicht. Nein. Was? Heute gibt's Granaten zum Mittag. Jawohl. So eine Scheiße. Nein. Nein. Und nun sind wir da, wo wir angefangen haben. Ja. Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung. Und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Scheiß Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv. Drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. J getötet hätten. Wenn die Operation aufliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass, gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs... Äh, hallo? Unversehrt aus den CU-Tarossholm. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wieso hageln jetzt die Zwischensequenzen? Was soll das? Wacker. Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lass mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Du das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Wo sind wir? Tokio? Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich mein, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Boah, Irish! Komm mal, wir sind die Bühne. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für einen Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wacker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaub, die Arschgesichter starren mich an. Ja, halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo an. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Ich seh das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimischen. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Miss nach links. Das Gebäude ist links. Aieieiei. Oh, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußwarte gehen. Verstanden. Komm schon, Racker. Oh, Mann. Der Wagen. Warum hat der denn auf uns geworfen? Komm schon. Diese Wassereflexion, da verstehe ich nicht ganz. Mistkale rufen die, glaube ich. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Scheiße. Scheiße. Das war nicht die Rede. Wir müssen da rüber. Gut, das heißt schleichen. Hä? 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 Oh, Mann. Was sollte das? Fail. Scheiß Dreck. Was ist das? Hat er auch nicht die Rede. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Sieh. Das ist zum Zweifel. Scheiße. Das ist zum Zweifel. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Der geht nicht. Der will nicht. Jetzt. Was ist der Bug? Ach der Regen. Ich find die Grafik hier so geil. Hey. Hey. Was die uns nicht sehen? Alter, der Chinese da oben auf dem Hotel geht nur und sagt... Oh, automatisch. In welchem Jahr spielen wir eigentlich? Katze. Wie zur Tatze. Möchte ich da irgendwo was? Oh, erstmal Rekka hier. Komm schon, Rekka. Ja, okay, okay. Komm schon, Rekka. Mal sehen, was wir haben. Warum ist der Fahrstuhl da? Hier, nimm. Ha, schön. Sämtliche Waffen, die du erhältst, werden in der Waffenkiste gelagert. Du kannst bei jeder Waffenkiste im Spiel auf all deine Waffen zugreifen. Das wissen wir ja bereits, glaube ich. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Alter, was ein Glitch. Oder Bug oder sowas. Hier ist es wenigstens. Ah, Waffenkiste. Wäre auch schön, wenn man so mal Modifizierungen hätte. Ich nehme mal jetzt Zweitwaffe, ne Schrot. Ach, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Mist! Nehmen wir die AK. So. Made by Google Earth. Das ist nichts gezeichnet. Das ist einfach abfotografiert. Die Gebäude sehen echt aus. Aber der Hintergrund, der ist auch ein Bitmap. Aber der Boden da unten nicht. Das ist definitiv abgefotografiert. Das sieht man. Aber egal. Man kann ja nicht alles haben. Das sieht demnach hier sehr geil aus. So. Lassen. Da steht ein PC. Da steht ein PC. Pff. Runter. Da steht ein PC. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine weniger Side 2 Die habe ich gesehen Hier kaum Deckung Man ist recht schnell tot hier im Wettbefehl Man muss echt aufpassen Man stirbt recht schnell Aber das ist geil Auch wenn es glaube ich ganz schön aufregt Granata Da ist gar keiner Ich sehe keinen Ah Ah man Ich sehe die nicht Oder kaum Mann Hört doch mit den Granaten auf Alter wie viele da sind So der kommt jetzt hier runter geeiert Und Nicht von mir erschossen Jetzt aber Jetzt aber Ah Haben uns die Granaten gegenseitig zugesägt Scheiße Scheiße Ich habe keine Muni mehr für die Tja wer stolpert verliert Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Können wir bitte damit aufhören uns überschießen zu lassen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Au Woh Boah nur noch 3 Gesundheit gehabt eben Schau Schau an Gadget Claymore Naja die ist nicht so mein Ding So Waffe Ich kann Naja die UMP ist eigentlich ganz gut Nehmen wir mal da die Scar und setzen die auf die Sekundär Vielleicht bringt das ein bisschen mehr was hoch Das war das Jetfenster Das war das Jetfenster So erster Nee Nein Soll ich mir ein paar mitnehmen? Gut dann nehmen wir Nehmen wir uns doch die Claymore mit Geht in Position Gegner auf dem Balkon Alter Ich seh absolut gar nichts Puh Alter Alter Das ist ne Metallwand ich Idiot Puh Pfff HAAA Ja Tja Shangai Bronze Kampagne Tja Ich versuche Tja 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 was hat mir die kleber gebracht so ich gehe mal hier so wie der muni aufgeladen halt so nachladen jetzt haben wir jetzt haben wir alles am muni folgt und hauen gleich wieder da hat man gemerkt hast ewig gebraucht das sieht auch gut aus jeder zunehmend der bauchschmerzen die folge schon 20 minuten lang die rennen noch weiter hoch gut wir sehen uns einmal in der nächsten folge ich mache jetzt mal kurz aufnahme pause und dann geht es weiter was siehst du hier du siehst hier die endcard von meinen videos unter den ganzen titeln bin ich erreichbar auf youtube facebook twitter google oder skype bin ich auch erreichbar schreibt mir pns oder so was zu gut wenn es was nicht liken abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten video freut mich wenn du wieder dabei wärst